Keine Gebisse? Nein, also das klassische Gebiss gibt es in dieser Praxis nicht mehr. Es gibt selbstverständlich Alternativen zu Gebissen. Also wir sind heute technisch und rekonstruktiv und Knochenaufbautechnisch in der Lage eigentlich aus jedem zahnlosen Kiefer einen vollbezahnten, festsitzenden Kiefer zu machen. Sprich feste, nicht herausnehmbare Zähne aus einem zahnlosen Patient. Egal welchen Alter es ist, egal weiblich, männlich, es wurscht. Es spielt keine Rolle.